und herzlich willkommen zur 28 folge von hexen let's play wobei wir mittlerweile schon im addon sind keine ahnung ich lasse die zählung einfach weitergehen als das 28 ist das level vor allem die 28 folge wäre richtig so scheiße magia Wo ist denn der Adler? Da. Oha. Oh, Alter. Wo ist denn der Adler? Hä, ist der Adler tot? Haben wir den Adler echt besiegt? Ja, tatsächlich. Lol. Wann denn das? Wie denn das? Wie denn der Adler? ok guck mal, alter ah, die lebt ja noch ok, das heißt, wir haben uns hier wieder ein bisschen Ruhe sehr schön so, und hier, genau, hier müssen wir nämlich wieder diese komische Puzzle auslösen aber erstmal anlege ich die ganzen Gegner hier das das habe ich mit dem Kopf frei so oh, der nächste Vogel hat uns gefunden so, irgendwo ist das ein komischer Viech also alter seit wann kann der Dauerfeuer? ist das ein Huch und so, und wann kann der Dauerfeuer? will ich hier verarschen? ja, striff doch mal geht doch holy shit die 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 Oh nein! Oh Gott, ist ja doch viel. Ich will ja Dauerfeuer. Ah, wow, 4% Leben. Wo bin ich? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Hier bin ich falsch. Hier bin ich auch falsch. Ach so, okay. Das heißt, ich muss wirklich kontinuierlich angreifen, damit die Kinder auch Feuer machen. Oh, Alter. Hier sind überall diese scheiß Bäume. Oh, worauf sind sie denn bitte? Geht doch. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Easy. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. So. Das war's. Das war's. Das war's. Warum. Das war's. 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 Man möchte. Das war's. Das war's. Wow. Das war's. Das war's. Okay. 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 Aua. Yeah. Okay. Okay. nur in eine Richtung schießen geht. also gar nicht. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das war's. Okay. 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 Achso, ja gut, ähm. Wow, alter! Und dann geht die Folge auf die Folge, ich glaube die Folge müsste mittlerweile schon vorbei sein, kann das sein? Ich glaube wir haben vielleicht überzogen. Oh ne, geht genau! Oh, oder? Weg da. Okay, Herz verstanden, bitte schließen, danke. Jutsche, würde ich mal sagen, das war's. Warum ist die Folge hier von der Datei am größten, also verbaut den größten Speicherplatz, wenn hier alles Nebel war, heißt also genau genommen, hat der deswegen sogar weniger Details abgelenden müssen. Obwohl hier, wie diese ganzen Strukturen wahrscheinlich hier hinten. Ah gut, ist ja auch egal. Okay, auf jeden Fall, Feierabend! Schau mit V! Schau mit V! Schau mit V!